In Berlin bin ich jetzt dazu verbunden mit Rainer Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Herr Hoffmann, wir grüßen Sie in die Hauptstadt. Wir haben schon eine gewisse Vorlage bekommen durch den Film, aber nochmal nachgefragt, warum brauchen wir das Recht auf Homeoffice aus Ihrer Sicht? Guten Morgen, Frau Arland. Wir brauchen das Recht auf Homeoffice jetzt gerade in diesen Zeiten, um den Infektionsverlauf deutlich einzugrenzen. Da ist das Homeoffice ein Mittel der Wahl, um die Infektionsverläufe deutlich zurückzudrängen. Darüber hinaus sind wir allerdings schon der Auffassung, wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dass Menschen auch mehr Rechtsansprüche auf Zeitsouveränität brauchen. Da, wo Homeoffice möglich ist, darf das nicht von den Arbeitgebern verwehrt werden. Apropos verwehrt. Welche Evidenz haben Sie denn eigentlich, dass dieses Recht auf Homeoffice nicht gewährt wird? Haben Sie Studien gemacht, Befragungen? Ja, wir haben von unseren Kolleginnen und Kollegen aus den acht Mitgliedsgewerkschaften ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Ich unterstreiche, dass es in vielen Betrieben, insbesondere da, wo es Betriebs- und Personalräte gibt, in der Regel wirklich gut läuft. Aber wir haben in der Tat viel zu viele Arbeitgeber, die auf dem Herbenhause-Standpunkt pochen und darauf bestehen, dass ihre Beschäftigten an den Arbeitsplatz kommen. Das ist gerade unter den Bedingungen der Pandemie nicht verantwortlich, wenn wir das Infektionsgeschehen deutlich zurückdrängen wollen. Sie haben den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil angesprochen. Der hat ja dann sozusagen nochmal nachgelegt, nachgebessert, einen neuen Gesetzentwurf jetzt in der Ressortabstimmung. Und der sagt relativ konkret, es gibt das Recht auf ein Gespräch und es gibt die Pflicht zur Begründung. Warum reicht Ihnen das nicht? Ja, weil wir wollen schon, dass in den Betrieben die Betriebs- und Personalrechte ein verbindliches Mitspracherecht bekommen. Das ist mehr als nur das Angebot, unverbindliche Gespräche mit dem Arbeitgeber zu führen. Und wir müssen mit berücksichtigen, dass Beschäftigte heute ganz unterschiedliche Vorstellungen von ihren Arbeitszeiten haben. Wenn es beispielsweise um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, dem dürfen die Arbeitgeber sich nicht entgegenstellen. Überall dort, wo Homeoffice möglich ist, sollten die Beschäftigten auch einen Rechtsanspruch haben, davon Gebrauch zu machen. Formell gibt es ja jetzt, formal juristisch, seit Anfang des Jahres also die Möglichkeit, das in einer Verordnung auch zu lösen. Das wäre ja durchaus sozusagen eine Zwischenvariante, denn im Moment sehe ich jetzt nicht ganz die Mehrheit für Ihre Idee im Bundestag. Ja, wir müssen natürlich jetzt unter den Bedingungen der Pandemie nochmal besonders berücksichtigen, dass damit auch ein Beitrag zum Gesundheitsschutz geleistet werden kann. Wir haben aber auch die Unternehmen, wo Homeoffice schlicht und ergreifend nicht machbar ist. Da gilt es, dass jetzt die Arbeitsstandards durchgesetzt werden, die gemeinsam mit den Arbeitgebern und dem Bundesarbeitsministerium vereinbart wurden, zum Schutz der Beschäftigten in den Betrieben. Betriebe sind häufig weniger von Infektionsverläufen betroffen, das wissen wir. Aber auf dem Weg zur Arbeit, zurück nach Hause abends, ist das Risiko, sich zu infizieren, deutlich größer. Deshalb macht das Recht auf Homeoffice gerade in Zeiten der Pandemie besonders Sinn. Und ich erinnere daran, dass gerade in unseren Nachbarländern, Frankreich, Belgien, vor wenigen Tagen ein Rechtsanspruch durchgesetzt wurde. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, dort, wo Homeoffice möglich ist, gerade unter Zeiten der Pandemie, dieses den Beschäftigten nicht zu verwehren. Herr Hoffmann, nochmal sozusagen zur Präzisierung auch des Ganzen. Sie haben jetzt durchaus auch noch die Nachbarländer angesprochen. Wir in Deutschland, wenn ich jetzt diesen etwas belegten Begriff mal verwenden darf, für uns ist ja vieles rund um Digitalisierung noch Neuland. Da gibt es sozusagen die Frage des Homeoffice und des mobilen Arbeitens. In der Trennschärfe ist das ja durchaus nicht dasselbe. Aber Ihr Fokus ist tatsächlich die Frage, dass ich zu Hause von meinem Küchentisch aus arbeiten kann, wenn ich denn kein Arbeitszimmer habe. Völlig richtig. Mobiles Arbeiten ist auch in der Vergangenheit schon ein Standard für viele Beschäftigte gewesen, die beispielsweise auf Kundenbesuche sind, die auf Baustellen, auf wechselnden Baustellen eingesetzt werden. All das fällt unter mobiles Arbeiten. Aber das Homeoffice, da wo Tätigkeiten nicht im Büro, am Schreibtisch, sondern auch im eigenen Homeoffice geleistet werden können, da brauchen die Menschen Rechtssicherheit und auch die Möglichkeit davon Gebrauch zu machen. Diese Differenzierung ist völlig richtig. Herr Hoffmann, die Rechtssicherheit ist schön und gut. Was wir ein bisschen noch im Blick nehmen müssen, ist sozusagen unsere Gesamtsituation der deutschen Wirtschaft. Wir haben ziemlich einen Knick erlebt im Jahr 2020, wieder ein leichtes Aufrappeln. Jetzt gibt es den neuen Lockdown. Es gibt sozusagen auch die Debatte um einen ganz scharfen wirtschaftlichen Lockdown. Würden Sie sich dem anschließen? Wäre das auch eine Option für Sie? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würden wir uns dem mit Sicherheit nicht anschließen. Natürlich haben auch Gewerkschaften ein Interesse daran, dass die Unternehmen gut durch die Pandemie kommen, dass Beschäftigung gesichert wird. Das ist eines der ganz zentralen Zielsetzungen. Aber wenn wir Beschäftigung sichern wollen, dann heißt das, dass wir den Unternehmen unter die Arme greifen. Völlig richtig. Dafür sind Milliarden Hilfen der Bundesregierung und der Länder zur Verfügung gestellt worden. Das hilft auch in weiten Bereichen. Aber dazu gehört natürlich dann auch, im Interesse der Beschäftigten zu sehen, was kann darüber hinaus gemacht werden. Und da ist der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ein ganz zentrales Gebot. Und da, wo der Arbeitsplatz nicht aufgesucht werden muss, sollte man wirklich in der jetzigen Situation Fahrzeiten zur Arbeit abends zurück nach Hause vermeiden, um das Infektionsgeschehen einzugrenzen und dann auch den Menschen mehr Möglichkeiten zur Selbstbestimmung ihrer Arbeitszeiten, ob im Homeoffice oder zu Hause, gewähren. Ich sage aber auch, wir haben gerade in den letzten Monaten Erfahrungen gemacht, die uns nicht zufriedenstellen können. Insbesondere Frauen sind in ganz besonderer Weise betroffen. Es kann nicht sein, dass Erziehungsarbeit und Homeoffice gleichzeitig von den Frauen geschultert wird. Diese Doppelbelastung führt uns zurück in traditionelle Geschlechterrollen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Deshalb sage ich auch hier, müssen wir mit in den Blick nehmen, dass wenn Frauen oder wenn Familien aufgrund der Schließung von Kitas, von Schulen nicht zur Arbeit können, um Sorgearbeit zu leisten, dass sie dafür freigestellt werden und dann auch nicht zum Homeoffice verdannert werden. Herr Hoffmann, Botschaft angekommen. Wenn wir mehr Zeit hätten für ein zweites Kapitel, könnten wir tatsächlich noch ein bisschen stärker die wirtschaftlichen Aspekte im Blick nehmen. Insbesondere die Milliarden, die geflossen sind, unter anderem in Kurzarbeitergeld und was das eventuell auch ein bisschen verschleiert. Aber vielen Dank für Ihre Einschätzung, Ihre Informationen. Das machen wir beim nächsten Mal. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Grüße nach Berlin. Danke, Rainer Hoffmann, Vorsitzender Deutscher Gewerkschaft. Bleiben Sie gesund. Merci. Auf Wiedersehen.